Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam. Endlich, endlich haben wir den edlen Gast Ramadan, auf dem wir seit langer Zeit sehnsüchtig, durstig und hungrig gewartet haben. Alhamdulillah, der uns Ramadan erreichen ließ. Ich möchte euch das beglückwünschen und sage, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch diesen Ramadan reichlich segnen. Möget ihr dort erfolgreich sein. Mögen die Traurigen wieder ihre Freude und ihr Glück finden. Mögen die Schwachen und die Deprimierten wieder ihre Motivation und ihre Kraft wiederbekommen. Mögen die Irregeleiteten wieder rechtgeleitet werden. Mögen die Sündiger wieder auf den rechten Pfad wiederkommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Segen von Ramadan geben. Und das ist der Monat, wo wir alle eine ehrliche, aufrichtige Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Es ist der Monat der Rückbesinnung. Der Monat der Reflexion. Der Monat, wo wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Der Monat, wo wir mit unseren Abhängigkeiten fertig machen. Einen Schlussstrich machen. Jeder trägt mit sich seine Abhängigkeiten, die ihn von Allah fern und weit entfernen. So, sag heute zu Allah ta'ala, oh Allah, du bist mir lieber und du bist größer. Sag Allahu Akbar. Allahu Akbar von allen Sachen, die mich und mein Herz beherrschen und die mich immer nach hinten ziehen. Meine lieben Geschwister, ich rate euch und rate mir selbst, dass wir in diesem Monat wirklich Allah ta'ala zeigen von unseren Taten, die er ja nicht braucht, aber die wir brauchen. Zeigen wir ihm den guten Willen, dass wir wirklich seinen Weg wollen und dass wir in seinem Weg auch bleiben wollen. Die Düfte von Ramadan sind besondere Düfte, die uns stärken und die uns auch motivieren. So hieß es in der Überlieferung. Wenn Ramadan kommt, so werden die Toren des Paradieses geöffnet und die Toren der Hölle geschlossen. Und die Satane werden geschwächt und gefesselt. Alles sind Zeichen dafür, dass Allah ta'ala uns besondere Hilfe und Unterstützung in Ramadan gewährt. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, werde fleißig und mach einen Plan. Und geh nicht in Ramadan rein, ohne dass du dir bewusst machst, dass du in diesem Monat Zeit verbringst mit dir selbst, mit deiner Selbstläuterung und mit der Nähe zu Allah ta'ala. Diese Ankündigung trägt eine wunderschöne Botschaft für uns alle. In der Zeit von Corona, wo wir leider mit vielen Einschränkungen zu tun haben, werden wir diese Einschränkungen virtuell brechen und werden die Brücken virtuell aufstrecken und aufbauen. Denn ab morgen, insha'Allah ta'ala. Und das kontinuierlich ab morgen, von 21 Uhr bis 22 Uhr, eine Stunde für Ibadah, für Gottesdienst. Und wir werden insha'Allah ta'ala das möglich machen für alle Zuschauer und Zuhörer, beziehungsweise für all diejenigen Geschwister, die mit uns mitmachen wollen. Wir öffnen ein Fenster in der virtuellen Welt und wir werden das Tarawih-Gebet gemeinsam verrichten. Gemeinsam bilden wir eine virtuelle Gemeinde. Jeder aus seiner Stadt und aus seinem Dorf und vielleicht auch aus seinem Land. Wir bilden diese Gemeinde von den Gläubigen, die sich niederwerfen wollen. Beugt euch mit den sich Beugenden, dass wir Fuß an Fuß und Schulter an Schulter in dem virtuellen Raum stehen und werden insha'Allah ta'ala jeden Tag von 21 Uhr bis 22 Uhr nur das Tarawih-Gebet beten. Betet zuerst eure Isha-Gebet vorher, bevor wir anfangen und lasst nur die Tarawih-Gebete. Wir werden vier Rak'a beten, zwei, zwei. Ich werde insha'Allah als Imam sein und das wird von hinten so aufgenommen, dass ihr mich auch vorne als Imam habt. Ihr werdet hören, alles was ich sage, weil der Mikrofon hier, Alhamdulillah, steckt neben mir. Von daher werdet ihr alles hören. Und wir beten gemeinsam zwei Rak'a, nochmal sofort zwei weiteren Rak'a. Dann machen wir eine Pause von 15 Minuten mit einer kleinen Ansprache. Und dann machen wir nochmal zwei Rak'a, zwei Rak'a. Und dann beenden wir insha'Allah den Abend mit Shafi' ul-Wittr. Nämlich diese Abschluss-Rak'a, die drei Rak'a'a mit einem Dua am Ende machen wir Dua und schließen den Abend. Jeden Abend habt ihr insha'Allah ta'ala die Möglichkeit daran teilzunehmen. Bereitet euch vor. Bereitet eure Stimmung zu Hause vor. Also das Zimmer, das Licht, die Familie, die Kinder, zieht euch an, macht und bereitet auch sozusagen Gebetsbereich für die Kinder und für euch. Und macht auch den Bildschirm so, dass ihr insha'Allah ta'ala den Imam vor euch habt. Und macht das in Reihen. Wir tun das, weil viele Geschwister nicht so viel Koran auswendig lernen. Von daher können sie nicht so lange stehen. Und weil viele Geschwister nicht die Möglichkeit haben, zu den Moscheen zu gehen, die vielleicht weit liegen. Und weil viele Geschwister in Dörfern leben und gar keine Möglichkeit haben. Und auch, weil viele Geschwister einsam den Ramadan einsam verbringen. Zu diesen Geschwistern sagen wir herzlich willkommen in unserer virtuellen Gemeinschaft. Dabei bleibt der Freitag um 18 Uhr für eineinhalb Stunden immer fest. Ein Live-Streaming mit Fatwa-Runde. Ihr stellt eure Fragen und sie werden insha'Allah von meiner Wenigkeit sofort und live beantwortet. Der Sonntagsunterricht aber und eine Weckerstunde, die wir am Donnerstag machen. Und zwei Unterrichte für den Koran, die wir montags und mittwochs machen. All das werdet ihr erfahren in Form von einem Flyer, den wir insha'Allah noch heute oder morgen veröffentlichen. An diesen Veranstaltungen von Sonntagsunterricht, da werden wir das in Zoom machen, aber geschlossen. Das heißt, derjenige oder diejenige, die an den Sonntagsunterricht teilnehmen möchten und an die anderen Sachen, sie sollen sich anmelden, dann kriegen sie von uns einen Zoom-Link und dann können sie live insha'Allah teilnehmen. Ich liebe euch und ich bitte Allah für euch und für mich, dass wir alle erfolgreich aus Ramadan rauskommen mit Löschung aller Sünden und dass unser kommendes Jahr besser als das vergangene. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.